Herzlich Willkommen bei der Millionenschau. Heute mit einem Spezialthema, dem Wirtschaftsstandort Lana und mit einer Kandidatin aus Lana, Vanessa. Hallo. Mal schauen, wie gut Vanessa die Betriebe in Lana kennt. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie viele Unternehmen gibt es in der Gemeinde Lana? Sind es weniger als 300, circa 500, circa 1000 oder sogar mehr als 1500 Unternehmen? Ich schätze, dass es mehr als 1500 Unternehmen sind. Schätzen oder wissen? Schätzen. Bleiben wir bei mehr als 1500? Ja. Und die Antwort ist richtig. 1519 Unternehmen. Frage 2. Die Firma Autotest stellt für viele international bekannte Automarken Zulieferteile her. Welche der folgenden Marken ist nicht dabei? Lamborghini, Audi, Porsche oder Ferrari? Das ist eine leichte Frage. Es ist Ferrari. Leichte Fragen können es auch in sich haben. Ich habe einmal an einer Führung durch die Firma Autotest teilgenommen. Deshalb weiß ich die richtige Antwort. Ferrari. Ganz sicher. Ganz sicher. Ferrari. Und die Antwort ist richtig. Nächste Frage. Für welchen Promi baute 2008 die Firma Lacher aus Lana ein Hightech-Podium? Ist es Madonna? Ist es Papst Benedikt XVI? Oder Angela Merkel? Oder Udo Jürgens? Madonna würde ich ausschließen. Die anderen drei könnten es sein, weil alle drei schon mal in Südtirol auf Urlaub waren. Udo Jürgens als Entertainer 2008 hätte sicher ein Hightech-Podium gebrauchen können. Ich nehme Udo Jürgens. Den Längelnärm Entertainer Udo Jürgens? Ja. Udo Jürgens ist leider falsch. Aber die richtige Antwort auf diese Frage und vieles mehr erleben Sie bei der ersten langen Nacht der Betriebe in der Gemeinde Lana. Freitag, 17. April 2015. Ab 18 Uhr. Nicht versäumen. Ihre Chance. Herzlich Willkommen. Auch für heute. Untertitelung des ZDF, 2020